Hey! Wie geht es dir? Ich habe dein Buch bekommen. Sehr schön. Es gefällt mir sehr. So, wie war dein Abschluss? Ganz toll, ich hoffe. Leider habe ich alles verpasst. Karneval auch. Heute habe ich keine Uni. Ich bin alleine zu Hause. Gestern hatte ich sechs Stunden, ja, um Politik und Anthropologie. Und morgen habe ich Deutsch. Ähm, weiß nicht. Ähm, ja, was los? Was machst du? Ist das Wetter? Und dann kommst du nach Australien. Ja. Ich möchte dich sehr viel. Und, ja, unser Deutschkurs auch. Oh, ja. Ich habe total gelacht und gesagt, Adelina zickt immer noch rum. Wie immer. Ja. Ähm, ja. Ich habe... Oh, ich vermisse dich sehr. Ich will zurück. Ja. Ist so langweilig. Ähm, ja. Liebe Grüße. Naari.